Hier in Heidelberg hat vor allem einer Grund zu feiern, das ist Oberbürgermeister Eckhard Würzner, denn er hat seinen Rathausschlüssel wieder zurückbekommen. Damit sind die närrischen Tage hier offiziell vorbei. Aber nur offiziell, denn hier unten auf dem Rathaussplatz wird gefeiert, getrunken und vor allem geschunkelt. Was geht bei euch heute noch? Ich muss mal kurz meine Mannschaft fragen, warte mal kurz. Wo gehen wir jetzt noch hin? Unterstraße! Ziegeln, Ziegeln, heu, heu, heu! Ziegeln, Ziegeln, heu, 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 heu! Es wird eine lange Nacht hier in Heidelberg. Die Fastnachter gehen in die Verlängerung bis morgen zum Aschermittwoch, denn da ist ja bekanntlich alles vorbei.